Die ist die Kiwi. Und wo ist jetzt die Kiwi? Bitte zeig mir, wo ist die Kiwi. Jetzt machen wir wieder. Wo ist die Kiwi drunter? Na da, hier ist sie drunter. Jetzt hab ich dir schon was gezeigt. Bitte, wo ist die Kiwi? Fokus pokus filibus, zweimal schwarzer Brater. Kennt ihr noch mehr Tricks? Dann schreib es unten in die Kommentare.